ja herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge clustertruck diesmal wieder mal wird sieben science fiction part 6 ich habe mich ein bisschen umgeschaut wo das ziel ist und ich habe es herausgefunden also los geht's wir müssen mich einfach nur geradeaus ich damel wo das das schon mal gut an hier der erste trickjump ja da trägt sie trägt sie trägt sie du packst das komm ein bisschen speed komm so immer schon mal an der punkt na 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 so ist nämlich an dem punkt wo man nicht liegen geblieben sind wir müssen mich da hoch und dann da ist das ziel wunderbar da haben wir es doch endlich war eigentlich ziemlich easy hätten auch mal vorher geguckt na ja weiter jetzt level nächster level what the hell was geht denn jetzt ab hier okay muss ich noch höher moment mal noch mal runter ein bisschen airtime pushen okay müssen eigentlich da hinten hin shit da pack ich noch nie wieder oh man diese airtime das ärgert mich richtig gerade 9000 airtime verdammt na gut das ist noch bescheid und so schnell aber dank für den truck war acht nein baby jawohl 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 nein diesmal nicht diesmal jetzt vergessen nein 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 diesmal nicht Nein, 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 nein. Oh Gott, wo muss man hin? Oh mein Gott, wo muss ich hin? Äh, Jungs? Wo ist der runter? Oh mein Gott, wo muss ich denn hin hier? Da ist das Ziel. Nein. Okay, dann wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh, autsch. Auf den Kopf gehauen. Komm, gib mal Stoff hier. Ui, jawoll. So gefällt mir das. Bamm, nein. Wow, das war knapp. Das war knapp am knappesten. Nimm es nochmal runter, verdammt. Komm, ich komme da nochmal hin zu dem. Komm, gib mal mal Stoff hier. Komm, 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 komm. Äh, schafft man nicht. Schade. Oder schafft man es hier irgendwie durchzumogeln uns. Äh, nein, packen wir nicht. Schade. War ein Versuch wert, auf jeden Fall. Tja, habt ihr eigentlich eine Idee, was man... Wow. Was man als nächstes... Autsch. Was man als nächstes playen sollte. Ich hab mir überlegt, ein Adventure lustiges zu machen. Ich weiß nicht, ob es was für euch ist. Das kann ich leider nicht sagen. So, schnell hoch hier. Haben wir genügend Speed? Jawohl. Haben wir sogar. Easy peasy. Jawohl. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal ein bisschen zurück. Wenn uns das nicht schon wieder passiert. Mal runterfallen hier. Das wollen wir nämlich nicht. Komm, fahr, 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 fahr. Ja, wuuuuh. Bitte runter ins Erdgeschoss zur Unterwäsche. Und BHs, genau. Und, 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 und. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war schweineknapp. Nächster Level. Okay, gut. What the hell, ey. Was geht hier ab in dem Spiel mittlerweile? Wird ja noch durch die Gegend geschleudert. What? Was war das? Oh mein Gott, ey. Woaaaaaah. Yeah. Gut, gut, gut. Weiter, weiter, weiter. Go, go, go. Nein. Ich wollte Speed geben. Ich war zu greedy. Ich war einfach zu gierig. Komm, gib Gas. Fliegen wie Superman. Whee. Jabba. Autsch. Da hat ich so viel Gewicht gehabt, dass die Ecke bis zur Seite gedrückt werden. Ja, wenn da so eine dicke Olle, wie ich, drauf springt. Tja. Dann ist es vorbei. Mit den LKWs. Ach, die fallen da runter. Das ist Wesen. Ah. Okay. Nein, diesmal. Diesmal nicht. Komm ein bisschen nach vorne. Okay. Wunderbar. Oh. Oh. Und weiter geht's. Komm. Oh, oh. Ich glaube, das war nicht genug Speed. Ich glaube, das war ein Fail, oder? Ah, da unten sind auch mal LKWs. Sehr schön. Komm, 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 komm. Jawohl. Sehr schön. Weiter geht's. Whee. Und bam. Jawohl. Komm. Einmal hier reinspringen. Und zack. Wow. Okay, ich hab schon gar schwer gegen die Wand geklatscht. War gerade ein wenig irritiert. 51.000 haben wir schon. Ach, du heilige Bim, was geht denn jetzt ab hier? Ich komme gerade hier vor wie bei den Gladiatoren. Ach, du heiliger Bim Bam. Ähm, wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen da doch... Autsch. Schade, dass ich keine Festkämmeren hab gerade. Hätte ich mal meine Kinn sehen können, wie das so... Ja, danke schön. Wie dir das Kinn auf den Tisch geklatscht ist. Vor euch staunen. So. Nein. Diesmal nicht, diesmal nicht. Diesmal fahren wir hier durch. Komm, fahr, 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 fahr. Jawohl, Junge. Weiter, 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 weiter. Du kommst, du schaffst es, du schaffst es. Jawohl. Guter Job. Guter Junge. Äh, jawohl. Okay, ich hab schon gedacht, wo muss ich denn jetzt hin wieder? Mensch, Levels, ihr verwehrt mich. So, letzter Level. Jetzt sind wir schon extra angekommen. Wow. Wait for it. Okay, vor was? Okay. Oh mein Gott. Ah, wir müssen noch hoch. Nein, nein. Oh, what? Was war das denn gerade? Okay, komm. Ich liebe das. Das durch, äh, durch die Luft katapultieren, das ist echt geil. Nein, nein, nicht wieder drunter. Nein, 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 nein. Uh, was? Was war das? Was schiebt mich denn nochmal zur Seite hier? Verdammt nochmal, was ist denn das? Dann hab ich überhaupt nicht genügend Speed gehabt. Verdammt. Ich hab mich echt krabber, dass es war. Ja, ja, ich geh ja schon. Und jump. Sehr schön. Was hat mich da durchgewirbelt? Boah, schon wieder. Du Mistding. Ja, toll. Wie soll ich im Grapplinghook durch? Kann das sein? Wir versuchen es noch einmal, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Oh, jawoll. Schnell hier durch wieder. Kommt man denn irgendwie hier... Boah, Scheimgleister. Kann man denn nicht irgendwie da durchwurschteln sich? Oder ist das irgendwie getriggert nach Zeit? Könnte das vielleicht sein? Oh. Meine, wir kommen denn da durch? Verdammt nochmal. So, komm. Nein. Alter. Ich hab echt das Gefühl, wir brauchen einen Quibblinghook oder so. Ich hoffe, man ist nicht zu leid. Ich bin. Oh, 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 oh. Na, ach, komm. Quibblinghook. Main Menu. Abilities. Oder, warte mal. Was brauchen wir denn noch? Truckpost? Nee. Hm. Mit Air Dash vielleicht. Das kaufen wir uns mal. Play? Wie geht denn das überhaupt? Das bin ich jetzt mal gespannt. Äh, was? Press LMB to Dash. Linke Mausbutton. Okay. Wie. Okay. Boah. Ich stehe einfach mal da durchgeflutscht. Warte mal. Jetzt aber. Wie. Okay. Level failed. Und. Jetzt aber. Jetzt sind wir schön oben. Schön oben. Jawohl. Boah. Alter, wie schafft man das denn? Bitte schön. Mann. Hm. Und. Wisch. Wollen wir nur genügend Speed? Jawohl. Machen wir. Boah. Alter, das kommt man nicht durch. Hm. Hm. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da durch? Ich habe echt keinen blassen Schimmer gerade. Oh. Schöner Sprung. Okay. Jawohl. Ah. Das Ding kommt zu mir. Ah. Okay. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir auch, was ihr meint mit Erden. Wait for it. Da holen wir uns unsere alte Ability wieder. Äh. Double Jump will ich haben. Ähm. Das da. Double Jump. Danke. Gut. Dann wissen wir mal Bescheid. Das Ziel kommt zu mir. Ey. Alter. Wie kommt noch so eine schwachsinnige Idee? Bitteschön. Ohne Witz jetzt mal. Okay. Weiter. 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 Go. 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 Jawohl. Yes. So. Der hat mir die Sache auch gelöst. Ja. Wunderbar. Was haben wir denn als nächstes für ein Welt? Steampunk. Hört schon interessant an. Dann machen wir mal. Okay. Bis jetzt ist es ja easy. Easy peasy. Was? Wir machen den Elkw da oben drauf. Und. Whiii. Yep. Also. Hm. Ich hab keine Ahnung was daran schwerer war jetzt an dem Level. Und ich hab einfach nur Glück gehabt ohne Ende. Ich weiß es einfach nicht. Es war mir mal ziemlich einfach. Äh. Ja. Äh. What? Trimus mo- Ha 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 ha. Ja, ja, ja. Ihr seid doch echt trickseck, ey. Was? Oh. Was war das denn gerade? What the hell? Ui. Wow, 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 wow. Das war echt knappi, knappi. Ähm. Okay. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Los, wunderbar. Wacht mir mal ein bisschen. Gucken wir, was die Elkw ist machen. Außer Chaos. Alter, was geht denn hier ab? Wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich denn hin, hier? Äh, Leute, wo muss ich hin? Äh, da durch vielleicht? Ne, da auch nicht, oder? Hä? Wo müssen wir hin? Hm. Mal restart. Umdrehen? Nein. Da schau mal also nicht her. Okay. Ey, ich raff das gerade nicht, das Level. Ähm. Ah, danke, dass du weiterfährst. Komm, fahr. Wunderbar. Das war irgendwie Fail. Eben. Fahr. Hopp, 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 Junge. Ähm. Das war auch falsch. Verdammt. Wie komme ich denn da hinten hin? Wir müssen also... Ne, auch nicht. Alter, ich check's nicht. Ah, wir müssen schnell sein. Ah, okay. Speed is key also. Wieder mal. Okay. Müssen wir uns erbeilen. Äh, das war zu schnell. Verdammt. Also sonst habe ich kein Plastisch immer, wo wir hin müssen. Oder ich muss einfach warten. Vielleicht fährt der hoch. Der Ballon. Oha. Wow. Das war mehr als knapp. Ah, da muss ich hin. Okay. Dann wissen wir Bescheid jetzt. Wunderbar. Alter. Das ist unglaublich. Man muss wirklich alles betrachten hier in dem Spiel. Schnell hier durch. Die fahren schon. Hopp. Oh. Wow. Jawohl. Nein. Yes. Nein. Nein. Wow. Das war mehr als knapp. Gut, gut, gut. Komm, komm, komm. Nein, nicht wegfahren. Ohohoho. Mann. Hör mich denn heute, wo der Zug von meiner Nase weggefahren ist. So, komm. Wir jumpen. Drüber. Wunderbar. So. Schnell, 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 schnell. Oh, 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 oh. Einfach knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Jawohl. Wir haben es ge... Nein. Wir haben es nicht geparkt. Verdammt. Okay. Okay. Jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Nein. Wow. Gut, gut, gut. Das läuft. Das läuft doch. Jawohl. So muss das sein. So muss das sein. Und nicht anders. Nein. Kannst du vergessen diesmal. Nein. Nein. Das war so ein schöner Run gerade. Aber nein. Tricksie versaut es wieder mal. Wie immer. Gut. Nein. Nein. Habe ich mit dem Doppeljumpflächer drüber. Über die zweite Pipe. Das wäre ziemlich cool. Komm. Versuchen wir es mal. Wupp. Jawohl. Geht sogar. Sehr schön. Oh. Yes. Baby. Oh. 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 Nein. No. Okay. Weiter geht es. So. Da bin ich wieder. Dann geht es weiter. Schön. Speedy. Greedy. Oh. Jawohl. 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 Ah, fail. Ah, schade. Gut, dann müssen wir es gleich noch probieren. Sonst muss ich dann andere... ...andern Skill verwenden. Kann nicht auch sein. Oh, wow. Uh, wuhu. Übers Dach. Jawohl, das geht. Das wusste ich gar nicht. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Alter, wie soll man da hochkommen? Verdammt nochmal. Hm. Jedes Level frage ich mich was... Autsch. Bei jedem Level frage ich mich was Neues. Das ist unglaublich. Aber, ja. Ihr seid echt tricky. Wow, baby, yes. Nein. Nein. Wow. Okay. Das packen wir auch noch. Nein. Wow. Ah, so geht's. Okay, jawohl. Sehr schön. So. Level, nächster Level. Und weiter jetzt. Komm. Komm, go, go, go. Oh mein Gott. 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 Oh. Oh. Nailed. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr habt euch nicht mal alle mit LKWs so rum zu ballern hier. Oh, jawohl. Gut, gut. Also, ihr braucht den Double Jump. Definitiv. Oh mein Gott, oh mein Gott. Uh, sehr schön. Ich möchte den Level hier komplett abschließen. Gibt es halt mal eine längere Folge heute. Aber ich möchte gerne wieder die Reihenfolge haben. Oh mein Gott, was? Geht den jetzt ab? Muss ich jetzt jonglieren mit denen, oder was? Oh mein Gott. Oh, yes. Jawohl, das muss ich wirklich. Ach, du heiliger Bim Bam. Komm, schieß, 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 schieß. Oh. Mann. Gut, erstes kein Problem. Wow. Okay, nächster. Nein. Oh, yes, Baby. Gut, komm, wir gehen direkt zum Nächsten. Nein, hat er mich abgeworfen. Schade, 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 Schokolade. Komm, überrecht zum Nächsten. Jawohl. Uh. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich hätte weiterfliegen sollen. Mein Fehler. Gut, komm. Pack mal jetzt. Jawohl. Wow. Da wollte ich, glaube ich, in zwei Teile zersäbelt. Okay. Den kriegen wir doch noch. Jawohl. Komm, der Nächste. Bitte, 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 bitte. Oh, oh, oh. Nein. Boah, das ist gar nicht so einfach gerade. Okay, zum Nächsten direkt. Jawohl. Nein. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, nein, nein. Schieß, schieß, schieß. Autsch. Ramm ist schon direkt gegen die Wand, du. Drecksack. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. No. Es wird klappen, es wird klappen, es wird klappen. Nein. Ma. Komm. Packst du, trägst du jetzt. Komm, jetzt aber. Jetzt. Aber. Weg zum Nächsten rüber. Komm. Jawohl. Yes. Komm. Jawohl. Gut, 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 gut. Jawohl. Ah, yes. Puh. Okay, weiter geht's. Ah, ja, ja, meine arme Stimme. Die wird's leiden heute. Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt? Warum ist der blaue Streifen da? Gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Uh. Das gibt ja mal richtig Speed hier. Kann das sein? Alter. Wow, ist der blaue Streifen. Hyper, hyper. Okay, wir holen den da. Du gefällst mir. Yes. Nein, du gefällst mir nicht mehr. Komm, fahr, 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 fahr. Yes, baby. Woo. Next Level. Weiter, weiter, weiter. Speed. Jawohl. Sehr schön. Nein. Wow. Was war das denn gerade? Wer hat mich denn jetzt... Warum hat das jetzt auf einmal geklappt? Keine Ahnung. Komisch. Aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Oh, oh. Oh, oh. Komm, jemand durch hier. Jawohl. Komm. Yes. Warte jetzt. Komm. Lande bitte auf den Reifen. Ja. Wow. Cool, danke, Buddy. Du hast mir den Hintern gerettet. Komm, fahr weiter. Gut, fahren wir zu dir. Fliegen wir zu dir, ja. Jawohl. Easy. Gut. Du bleibst schön stabil. Du gefällst mir. Bist ein guter Fahrer. Dankeschön. Komm, was machst du nochmal? Oh. Ich könnte dich knuddeln. Und... Whiii. Jawohl. Level 8 von 8. Na, gut. 8 von 10 wohl, ja. Gut. Gut, gut, gut. Was habt ihr jetzt euch krankes überlegt? Alter, was geht denn... Ach, du Scheibenkleister. Okay. Das heißt also, Geschwindigkeit und... Okay. Autsch. Oh man, Mann, 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 ey. Ihr seid echt krank. Okay. Autsch. No. Fieser Level. Echt fieser Level. Ich habe keinen Plastischimmer. Gibt es da vielleicht eine andere Methode, die wir einsetzen könnten? Okay. Nein. 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 Da war das Ziel. Wir waren knapp davor. Ah. Mann. Okay. Ah. So. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen warm hier. Okay. Einmal. Und hopp. Und hopp. Und... Oh, 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 oh. Yeah, Baby. Yes. Komm, 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 komm. Oh. Okay. Hopp. Und hopp. Und hopp. Oh. Was? Komm, wir auch da durch. Och, das geht auch. Okay. Gut zu wissen. Oh, nein. Gegen die Wand. Voll. Ah, nein. Nein, nein. Das habe ich wieder in einem Fehler gemacht. Oh. Was war das denn gerade? Jawohl, fahr da durch. Hui. Ja. Sehr schön. Fahr, 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 fahr. Oh. 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 Oh, oh. Packen wir das? Jawohl. Wir haben es geschafft noch. Oh. Okay. Jawohl. Nein. Oh. Leute. Oh. Dankeschön, liebe Spiel. Vielen. Alter, mir ist gerade schlecht. Was? Okay, nochmal. Hui. Jawohl. Mann, hab ich schon geschwungen gerade. Und hopp. Hm. So. Nach Mann. Okay, machen wir halt so. Easy. Nein. Oh. Nochmal hoch. Ja. Sehr schön. Oh, 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 oh. Gut, gut, gut. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Geschafft. Gut. Doppeljump. Und da lang. Okay. Jawohl. Yes. Nein, 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 nein. Oh, ich wäre besser auf dem Eckweg gelandet. Jetzt gepackt. Ach. Oh, haben wir auch mal geschafft. Oh, aber wir failen dann an diesem blöden Rad. Unglaublich, Trixi. Oh, 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 oh. 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 Oh, man. Konzentration. Wo ist sie? Okay, jetzt klappt's doch. Wunderbar. Schön, 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 schön. Jawohl. Oh, oh. Oh, ich hab schon gedacht, ich wäre auf dem LKW. Scheiße. Der mich platt macht, aber. Nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Jawohl. Sehr schön. Autsch. Okay. Ich bin mal grad ein bisschen leiser. Ich will mich mal ein bisschen konzentrieren. Okay, laufen. Nein. Mann. Okay, bringt also nix, leises zu sein. Ich bin genauso schlecht, auch wenn ich rede. Okay, dann machen wir mal weiter hier. So. Alter, das ist der letzte Level. Trixi, konzentrieren, äh, konzentrieren. Nicht Konzentrationen. Konzentrationen. Ah, attenzione. Nein. Nein. Jawohl. Sehr schön. Nein. Oh. Oh. Gut, wir müssen nicht so. Jawohl. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schlecht. Gut, machen wir es jetzt so. Okay. Na. Was war das denn, bitteschön? Seidens, ich mach's wieder so ein Fehler wie jetzt eben, wo ich die Leidtas übergeste zu drücken. Ach, come on. Kann halt so schwer sein. Mensch. Stell dich doch an heute, Trixi. So. Gut. Laufen. Laufen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Fahr du mal weiter. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Ach. Ich krieg gleich einen Austicker hier. Ich wollte eigentlich heute Aragami rausbringen, aber ich glaube, das wird heute nichts. Autsch. Weil das Rennen wird hier ziemlich lange dauern. Habe ich den Eindruck. Okay. Nein. Jawohl. Sehr schön. Weiter, 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 weiter. Gut, der Junge. Autsch. Schlechter Junge. Nein. Ui, ei, 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 ei. Nein. Ach. Ich werde besser doch durchgesprungen. Ich bin kaputt. Ich glaube, wir werden noch einen versuchen, dann lasse ich es. Wir haben immerhin schon ein paar Level voraus gemacht. Obwohl ich es gerne abschließen will. Also. Jawohl. Sehr schön. Ah, vielleicht wird es ja jetzt was. Na ja, gut. Wir lassen es heute. Ich bin auch kaputt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da. Oder vielleicht ein Abo. Oder vielleicht ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich auch sehr gefreut über euren Like. Vielen, vielen Dank, dass ihr einen Daumen hoch nach oben gemacht habt. Vielen Dank dafür. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, hat Rixi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.